Jack, hello, cheers party people, wir sind wieder am Start und haben heute schon mal ein bisschen aufgebaut, um was es geht. Wir gucken uns das Masterverse an, haben hier die erste Wave am Start, leider ein bisschen spät ist die reingekommen, aber ist ja nicht schlimm. Und ja, gucken wir uns alle Figuren mal an, He-Man, Skeletor, packen wir dann mal aus für euch. Wir haben nachher noch ein kleines Gewinnspiel für euch am Start, bleibt also dran, da reden wir später nochmal drüber. Und ja, fangen wir an mit einem großen Brocken oder was willst du zuerst? Ja, ich würde sagen, wir arbeiten uns langsam vor zu den Main Characters, fangen eher bei den unbekannteren, aber nicht kleineren Charakteren an. Sprich, großer Brocken ist eine gute Idee, Stefan. Der steht ja auch in der Mitte, das Gellegott. Ich hoffe, ihr habt die Serie geguckt, ich fand sie wirklich gut. Mir hat der erste Teil, die ersten fünf Folgen tatsächlich ein bisschen besser gefallen. Hinten raus war das immer noch für mich super cool. Hast du auf Deutsch oder Englisch geschaut? Ich gucke immer noch auf Deutsch. Und wie war es auf Deutsch? Super. Waren das eigentlich dann die gleichen Stimmen wie damals? Ich kann mich nicht erinnern. Ich wollte ja mir irgendwann vor ein paar Jahren, war die alte Serie super günstig irgendwo zu schießen. Und da dachte ich, ach, ist gerade bei Netflix drin, brauchst du die nicht kaufen. Naja, jetzt ist es nicht mehr drin. Hätte ich es mir mal gekauft. Von daher, Stimmen kann ich dir nicht sagen. Bei der englischen Serie ist ja der Skeletor Mark Hamill. Mark Hamill, ja. Er hat eine hohe Stimme im Deutschen auf jeden Fall. War. Also jetzt finde ich passt. Thomas Gottschalk. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob das quietschig am Anfang wirkt. Ich kann es dir nicht mehr sagen. Aber ich finde es jetzt super okay. Ja, cool. Und ich kann auf jeden Fall sagen, die Serie ist für jung und alt. Mein Zweijähriger hat es geguckt und fand es cool. Ich glaube, das war auch so das Ziel. Also, was ist das Ziel? Ich glaube, das ist immer das Ziel. Star Wars, wir meinen dich. Dass man irgendwie sowohl die Alten als auch die Neuen irgendwie ins Boot holt. Und das ist aber natürlich der Spagat. Was hat das, was du sagst, das gelungen ist? Eigentlich ist die Serie schon für Erwachsene. Also, wenn du einen Netflix Kids Account hast, wird die Serie auch nicht angezeigt. Aha, gut. Das ist der Indicator. Ja, aber ich fand sie wirklich super. Viele haben ja geschimpft und zu wenig He-Man in den ersten fünf Folgen. Und in der ersten Folge, die erste Folge hast du ja gesehen, ne? Die erste Folge habe ich gesehen, genau. Genau, finde ich totaler Fanservice. Irgendwie alle Charaktere nochmal kurz gezeigt. Da hatte ich am Anfang ein bisschen Schiss, so, ne? Wird das jetzt in jeder Folge so hier? Jeder Charakter wird benannt und dies, das, bla. Aber das war, glaube ich, wirklich, um alle nochmal abzuholen. Okay, hier, mit denen habt ihr es zu tun. Und dann war ja auch direkt in der ersten Folge der Bosskampf, wo ich dachte, hä, was jetzt? Aber wirklich super cool fand ich das und hat sich toll entwickelt. Ich habe auch noch die Vorgeschichte dann dazu gelesen. Ist bei Panini-Comics erschienen, Masters of the Universe Revelations. Ist ein cooler Zusatz. Das zeigt nochmal ein bisschen so, warum die erste Folge so ist, wie sie ist. Und beleuchtet ein paar Hintergründe, ne? Also von Evelyn erfährt man ja auch in der Serie so ein bisschen was. Und das wird auch einfach in dem Comic nochmal beleuchtet. Und ist eine coole Ergänzung auf jeden Fall. Die Figuren sind, wir sehen sie ja gerade von hinten, also die haben ein tolles Artwork auf der Verpackung, oder? Ja, absolut. Also die Artworks sind ganz großartig. Die sind ja jetzt aber eher den, ich würde fast sagen, den Comics, vielleicht sogar eher den Covern der alten Comics oder so nachempfunden, als weniger der Serie. Aber die Cover-Rückseiten und da sind das ja auch hier die Seiten, die sind wirklich richtig, richtig schön gelogen, ganz toll. Und genau. Ich finde schon, dass die Serien getreu sind. Okay, genau. Du bist ja näher dran an der Serie. Ich habe eher mal so reingeschaut. Okay, cool. Na, dann passt das ja. Also das haben die schon gut getroffen, auf jeden Fall. Und bevor wir es uns jetzt hier gleich mit dem allergrößten verscherzen, haben wir auch schon gesagt, dass wir mit God of Eternia, Skele-God anfangen. Ich rede mich ja um Kopf und Kragen, da ich die Serie bis zur ersten Folge geguckt habe. Ja, wer ist denn der Skele-God? Ja, das Skele-God ist quasi Skele-Tor. Logisch. Ja, das Schwer der Macht dann hat. TOR! Wir tauschen die Untersetzer. Wenn ihr öfter zuschaut, dann müsst ihr euch. Ja, also er hat Hiemens Schwer der Macht dann im Endeffekt. Hashtag Spoiler. Aber dieses Jahr ist jetzt bald ein Jahr draußen, also die erste Staffel. Von daher hat das Schwer der Macht und wird dann Skele-God. Und ich muss sagen, dass mir die Figur noch viel besser gefällt als... Das ist größer, was denn der Superschredder? Genau, das ist der Superschredder von Turtles. Verstanden. So einfach kann man das auch erklären. Und die Figur gefällt mir noch viel besser als die Figur in der Zeichentrickserie. Die ist toll. Mir gefällt die Figur auch sehr. Ich sehe den Charakter gerade zum ersten Mal und ich denke, der ist groß, der ist breit, der hat Hörner, der hat einen transparenten Hals, der hat einen... Der Hals ist auch aus Flammen so ein bisschen. Der Hals ist nämlich aus grünen Flammen und das sind bekanntlich die allerheißesten, wie wir wissen. Und er hat einen Punch-Effekt. Ich nehme mal an, das ist die Faust. Tiger-Hupper-Cuts, Schornyuken. Und er hat eben besagtes Schwert, Riesenfigur und auch hier kosten die ja wahrscheinlich alle gleich viel, nehme ich mal stark an. Das hält sich Stefan unter Druck. Nee, weil es strange ist, die normalen Figuren sind... Also die Deluxe-Figuren, auch der Skelle-God und Faker war ja schon mal da. Den Faker hatten wir auch schon mal, der ist schon wieder ausverkauft, kommt wieder rein. Nein, der Faker war richtig gut und Battle-Cat ist auch eine tolle Figur, die hätten wir eigentlich mit hinstellen können, aber nicht schlimm. Die sind bei 39 Mal gewesen, ich glaube der Skelle-God 34,99. Die normalen Figuren waren oder sind meist bei 24,99. Und das ist echt ein Kampfpreis, muss man sagen, im heutigen Action-Figuren-Segment. Und jetzt, wo ich die bekommen habe, hat der Vertrieb von He-Man und Skelle-Tor, die UVP, wieder auf 34,99 angepasst. Die sind bei 24,99. Schwierig. Damit die auch mal jemand kauft, quasi. Weiß ja auch nicht so. Einfach Mischkalkulation machen oder keine Ahnung, wird sich die Erfahrung zeigen. Ich habe sie ja jetzt ganz neu. Von daher, wir gucken einfach, jedenfalls 34,99 für den Skelle-God ist auf jeden Fall ein Top-Preis. Netflix-Series natürlich. Also es ist dann auch, ich meine, wenn du natürlich Merch machst, willst du ja, dass du das auch an möglichst viele Leute irgendwie verkaufen kannst. Und Mattel ist ja wahrscheinlich, oh Gott, jetzt erinnere ich mich schon wieder weit aus dem Fenster, wahrscheinlich eine größere Firma sogar als Netflix. Und das heißt, die wollen ja eigentlich, dass alle das sehen. Netflix will aber, dass natürlich nur Netflix-Kunden das sehen. Also hat man ja schon da auch so ein bisschen so eine Einschränkung. Wahrscheinlich, ja. Also wenn man auch bedenkt, dass ursprünglich die He-Man-Serie nur rauskam, um die Figuren zu pushen. Genau. Darauf wollte ich hinaus, dass ja eigentlich, das ist der Shit und dann gibt es noch die Serie und jetzt hat sich das ein bisschen umgekehrt. Genau, ja. Also du merkst halt, Kevin Smith hat die ja auch gemacht, weil er ein totaler Fanboy ist und ich glaube, der hat da wirklich sein ganzes Herzblut auch reingesteckt und von daher wird der bestimmt auch weitermachen und Mattel weiß ja auch, wie es funktioniert. Masters of the Universe, Origins-Figuren, die sind mittlerweile in Wave 8 ist glaube ich angekündigt. Also hier sind auch schon ganz viele neue Figuren angekündigt. Hier seht ihr jetzt mal den Mossman, den ihr vorhin nur kurz von der Seite gesehen habt. Auch eine richtig tolle Figur geworden. Wir haben uns vorhin kurz unterhalten, wäre noch das E-Pünktchen gewesen, wenn der halt so ein bisschen samtig gewesen wäre, wie die Ursprungsversion. Ich glaube, es war auch damals in der Vintage-Line. Da war der wirklich so mit, es ist kein Samt gewesen. Es war auch so. Moos. Moos natürlich. Ja, das ist der Moosmann. Das gibt, wo man diese Blumen reinsteckt, diese Teile, kennst du das? Ne. Das gibt es wie so, das kannst du in so Blumentöpfe machen und so ähnlich war das auf jeden Fall. Ja, wie für ein Modellbau. Ja, sowas in der Art auf jeden Fall, genau. Und das wäre noch das Nonplusultra, aber das ist auch eine super tolle Figur und wir haben es vorhin schon auch gerade gesagt, man kann hier auch ein super Swamp Thing draus machen, wenn man da Bock drauf hat, aber auch so Moosmann, eine richtig coole Figur, der hat noch vier Wechselhände dabei, so einen großen, hier kommt mein Baum raus, Handarm-Effekt, also auch tolle Figur. Und dann sind wir auch schon bei Evelyn angekommen. Evelyn, im Film übrigens von einer meiner Lieblingsdarstellerinnen, Meg Foster, verkörpert, der natürlich nichts mit der Serie zu tun hat, aber... Du meinst aber den... Naja, der Film mit Dolph Lundgren, natürlich aus den 80ern, ne? Nur um die Brücke zu schlagen, auch ein toller Film. Ich schlage immer gern die Brücken, die Armen. Evelyn kommt hier mit weißen Haaren, also ist sie anscheinend sehr frustriert in der Serie unterwegs. Ich glaube, die hat einfach weiße Haare. Wie ist so ihr Charakter? Wie hast du sie so aufgenommen? Die kam für mich zum Beispiel im Film fast so ein bisschen zu kurz. Also in den 80ern, aber darüber reden wir ja gar nicht. Wie ist die in der Serie? In der Serie fand ich die anfangs recht stark, in den ersten fünf Folgen. Verführt ihr den He-Man so ein bisschen, oder? Nee, gar nicht. Gar nicht, ach so. In der zweiten Folge, also in der zweiten Hälfte, in den zweiten fünf Folgen geht es ja auch hauptsächlich tatsächlich mit um Evelyn so und das war einfach neu für mich, keine Ahnung, ich weiß nicht. Irgendwie fand ich es sonderbar, also ja, ich will es sowieso nochmal gucken. Vielleicht wirkt es dann auch anders auf mich. Also wie gesagt, die Serie hat mir so oder so Spaß gemacht, aber der zweite Part, wo halt auch Evelyn tatsächlich eine große Rolle spielt, war jetzt, ja sag mal einfach neu für mich. Vielleicht muss ich es einfach wirken lassen nochmal. Die Figuren kommen mit massig Zubehör. Ja. Also wechsel Kopf, wechsel Hände. Ein Stab, oh die hat ja den. Die hat zwei Stäbe sogar, den gekürzten. Den kurzen und den großen Stab, den habe ich fast gar nicht gesehen. Mhm. Toll. Auch schön modelliert. Und wir haben es ja gerade schon gesagt, die ist ja preislich noch so ein bisschen unter den anderen beiden. Da ist das schon ziemlich cool, wie viel Zeugs da kommt. Auch richtig nices Artwork. In welchem Verhältnis steht Evelyn zu Skeletor? Die muss doch für Überraschung mit He-Man nicht anfangen. Also das erfährst du in dem Panini-Band auch, Marvel Revelations quasi, so ein bisschen die Vorgeschichte, dass Skeletor auch in der Serie, er liest sie so ein bisschen von der Straße auf und ist dann halt quasi eine Art Ziehtochter, seine Haus- und Hofzauberin halt und ich glaube, es ist auch so eine, ja und es ist glaube ich auch so eine, ja wie sagt man halt, ein Knistern. Ja, ja, ja. Ja, wir schauen wohin das dann weitergeht. Ja und dann kommen wir zu den zwei Hauptcharakteren, welchen möchtest du auspacken? Skeletor. Nur gut, Mark Hamill. Dann packen wir die jetzt nämlich aus, Evelyn und Skeletor auch tolle. Evelyn kommst du selbst aus der Box, er öffnet dich schon nach oben. Ja, ja, da oben ist Klebeband, ich glaube bei dem war gar kein Klebeband dran, da habe ich es schon aufgemacht, aber auch die Verpackung finde ich toll, also es ist nur ein kleiner Klebebandstreifen, dann kann man die Figur hier schon rausholen, das hat Mattel hier super gemacht. Es ist kein, kein Plaste, Strippen, Gedöns irgendwie drum, also es ist hier ein Blister, den nimmt man ab, dann ist der andere Blister, wo alles drin liegt und He-Man, sein Kopf oder sein Gesichtsausdruck finde ich jetzt nicht ganz so optimal. Das sieht ein bisschen zu lieb aus, finde ich. Aber im Großen und Ganzen ist die Figur toll modelliert. Was ich super finde, dass die Waffen sehr starr und steif sind. Also die sind nicht so leicht biegsam oder verbiegen sich von selbst bei Wärme, wie man das vielleicht von anderen Herstellern kennt. Das finde ich super toll. Also bei dem Skeletor ist mir gerade sofort aufgefallen, das kommt in der Packung gar nicht so durch, wie schön das Gesicht, sprich der Schädel bemalt ist. Also das sieht hier wirklich knöchern aus und die Augen sind halt einfach in schwarz bemalt, aber das leuchtet fast so ein bisschen. Also das ist richtig hier schön schwarz glatt lackiert. Das sieht super aus, das Gesicht gefällt mir richtig gut. Sonst ist ja der Körper eher in so einem blau-lila gehalten. Aber das Gesicht finde ich ganz klasse und ich hätte jetzt auch erst mal nicht gedacht, dass der Umhang aus Stoff ist. Ja, ist cool. Und das fühlt sich auch gut an. So leicht samtig, ziemlich gut. Und ja, auf der einen Seite hast du ja so eine glatte Innenseite und außen hast du dieses Samtige. Das finde ich auch gut gemacht. Die Figuren haben wie gesagt verschiedene Wechselhände. He-Man hat jetzt hier Standard irgendeine Grußhand und eine Faust. Wir haben ja schon mal gesagt, dass wir Fäuste nicht so mögen. Deswegen kriegt er hier mal eine Greifhand dran gesteckt, wo man auch das Schwert dran machen kann. Das stimmt. Die Waffen oder in dem Fall der Stab sind aus recht festem Plastik. Sehr angenehm. Das würde sich bei anderen Herstellungen schon sehr viel mehr biegen. Gefällt mir gut. Auch hier der Schädel von dem Widder. Ihr seht das gleich. Ist ganz schön modelliert. Sieht fast aus wie Skeletters Bruder. Die Hände sind sehr straff. Ja, was auch dazu führt, dass man sich ein bisschen verletzt, wenn man den Stab in die Hände tun möchte. Aber das Gute ist dann natürlich, dass sie auch straff sitzen und nicht irgendwie rausfallen, die Waffen aus den Händen. He-Man hat noch ein Schild dabei. Ach, das ist die Schildhand. Siehst du, das ist nicht die Grußhand, das ist die Schildhand. Greetings. Greetings. Du guckst so viel Cave-Talk. Das ist die Schildhand. Na klar. Irgendwann gucken die uns. Ach, das sieht toll aus. Der ist super. Der ist ganz schön super. Also hier, Fäuste sind ja grauenvoll, aber hier ist das ziemlich cool. Diese geballte Faust und dieses breite, freche Grinsen. Dieser Schädel, der in die gleiche Richtung schaut, der ist super, der Skeletter. Der ist ganz schön. Mir gefällt es sehr gut. Ganz schöne Figur. Der He-Man guckt so ein kleines bisschen treu-doof irgendwie. Also so ein bisschen diese Milchsemmel. Ja. Das finde ich halt auch. Das Gesicht ist nicht so optimal, wenn es da mal... Der Faker-Kopf, der war ziemlich cool. Der war toll. Aber der hat halt rote Augen. Das kann man halt... Dann ist es halt blöd, wenn man das dem He-Man aufsetzt. Komm, wir stellen die mal an den Rücken und drehen die mal. Achso, weil ich dachte, man kann sogar so ein bisschen... Ja. Back to back. Und die stehen auch gut, ne? Die stehen gut, weil die eben ja auch als Spielzeug ein bisschen gedacht sind. Und dann sitzt das alles ein bisschen stabiler. Auch hier freue ich mich, die endlich auspacken zu dürfen. Denn die spannen dann in mein Regal. Das ist halt auch immer so ein bisschen die Herausforderung bei diesen Figuren. Man hat irgendwie die, die irgendwie nur für Kinder sind. Würde man jetzt zum Beispiel die ganzen Master of the Universe Retro-Sachen auspacken, sind die ja vom Preis und von der Verarbeitung auch was für Kinder so zum Spielen. Dann hast du halt die High-End-Sachen, die teureren Hasbro-Sachen. Oder dann natürlich, wenn es dann noch krasser geht, so Mesko. Die Kunst ist eben immer, wo du eigentlich beides zusammenbringen willst. Die sehen schön aus. Stellst du dir beides zusammen ins Regal. Aber vielleicht, wenn die Kids dann irgendwie ein bisschen älter sind, haben die da irgendwie auch Spaß dran. Und das ist halt immer, das ist immer schwierig. Da kann man immer super viel kritisieren. Es ist nicht filigran genug, es ist zu filigran. Er steht nicht gut, es fehlt Zubehör. Die Bemalung ist nicht gut, die Bemalung ist unsauber. Und ich finde das hier ein super Kompromiss. Ich finde, das ist sehr gut gelungen. Auch für das Preisegment. Erinnert mich auch sehr an die McFarlane-Sachen, wo das auch eben... Die sind auch McFarlane-Größe. ... gute Balance ist zwischen beiden. Genau. Das wäre nämlich meine nächste Frage. Was denkst du, warum man diese Größe gewählt hat? Man hätte jetzt auch sagen können, man geht wie die klassischen He-Man-Sachen, dass die da vielleicht sogar in die Reihe passen. Die passen ja aber vielleicht sowieso nicht zu den anderen, wegen der Optik, wegen der Modellierung. Also für die Größe ist es halt und für den Preis auch einfach ein Top-Preis-Leistungsverhältnis. Ich habe in einem Einzelvideo schon mal die Battle Cat gezeigt. Die ist ja auch so riesig. Und ich freue mich, den He-Man da auf jeden Fall zu Hause mal draufzusetzen. Warum die jetzt so groß sind, das kann ich dir nicht sagen. Ich glaube, es ist einfach der Markt. Es ist einfach der Markt. Also das wäre jetzt die Antwort auf meine rhetorische Frage gewesen. Es ist einfach, der Markt fordert das halt oder will das. Und das ist halt einfach angenommen von den Leuten, von uns. Wir sind die Leute, dass diese Größe funktioniert. Und die Retro-Sachen lässt man natürlich dann in der Größe von den Figuren von damals. Und es ist irgendwie auch schön, dass die sich davon auch unterscheiden. Schöne Figuren. Definitiv. Es ist ein bisschen schade, dass wir die drei jetzt nicht auspacken können. Aber das könnt ihr dann zu Hause machen. Ihr wisst ja Bescheid, wo man diese schönen Sachen bekommt. Skeletor hat noch einen anderen Zauberstab. Der aber auf jeden Fall nicht so toll kommt, wie der Wetterstab. Nein, nein, der Wetterstab ist große Klasse. Weil du ja auch noch höherpreisige Figuren angesprochen hast. Mondo macht auch tolle Masters of the Universe Figuren. Und da haben wir einfach ganz passend nochmal einen ganz kleinen Zeitvertreib. Mondo macht nämlich auch tolle Puzzle von Monsters. Ja, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Zeit mitgebracht. Die packen wir jetzt nicht aus. Nein, aber die sind wirklich toll geworden. Und Mondo, das war mir auch so neu. Und ich fand die wirklich beide sind total super. Wer kommt näher an die Kamera? Wer hat den längeren Arm? Auch 1000 Teile ist für ein Puzzle mit 37 Euro ein bisschen höherer Preis. Aber die sind wirklich toll. Wie gesagt, wir packen die nicht aus. 1000 Teile haben wir ja auch noch dabei. Und wir haben ja, oder ich habe vorhin gerade gesagt, ein kleines Gewinnspiel machen wir heute noch. Und zwar geht es nämlich darum, wir haben ja in einer unserer Folgen gesagt, dass vielleicht wir noch einen flippigeren Titel für unsere Figuren, Vorstellungsvideos, Talk, wie auch immer haben wollen, würden, brauchen oder vielleicht ist auch alles cool so. Deswegen haut in die Kommentare bitte mal einfach Hashtag Folgentitel und dann schreibt ihr rein, Dudesfiguren mit Leo ist cool oder ihr habt einen anderen coolen Titel. Vielleicht geht es sogar noch besser. Einen konkreten Titel, den ihr uns vorschlagen wollt. Ja, und wir gucken einfach mal. Vielleicht ist es cool, vielleicht gefällt uns ein Vorschlag von euch. In jedem Fall wird einer gewinnen und zwar eine Marvel Legends oder McFarlane Figur der Wahl. Keine Megafick, also eine normale... Die aktuell in den letzten Monaten vielleicht rausgekommen ist. Ja, also wir werden hier keine vergriffenen Figuren organisieren. Das fragt jetzt nicht nach den 90er Spawn-Sachen. Genau, auch keine Megafick. Also eine normale, reguläre Figur. Ihr wisst Bescheid, ne? Genau. Da findet man dann schon was. Wir werden das auswerten und vielleicht haben wir dann bald einen neuen Folgentitel. Lasst uns wissen. Und wir hoffen hier die aktuelle Mastersverse... Master... 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 Mastersverse... Mastersverse... Wave hat euch gefallen. Also mir gefallen die Figuren auf jeden Fall gut. Die sind klasse. Und die Puzzles, auch genannt Puzzle, sind super. Die sind echt klasse. Die sind schön. Und guckt mal, wie schön die sich machen hinter den Figuren. Das ist echt große Klasse. Ich freue mich, dass ihr uns einen neuen Namen sucht. Bitte gebt uns da vielleicht mehr als zwei Auswahlmöglichkeiten. Also ihr könnt auch gerne mehrere Vorschläge pro Person machen. Und wir schauen dann einfach, was irgendwie nett ist. Und dann kommen wir da schon in Kontakt. Genau. So war es das für heute. Bisschen He-Man. Wir sehen uns beim nächsten Video. I have the power. Macht's gut, Leute. Ciao. Ciao.